Hallo, ich bin die Sophie. Ich studiere an der Hochschule in München Maschinenbau, um jetzt bei Simpower meine Bachelorarbeit zu schreiben. Obwohl ich Maschinenbau studiere, ist meine Bachelorarbeit aus der Elektrotechnik. Genauer gesagt handelt es sich um die Parameter Bestimmung von dem Generator, der in dem Wellenkraftwerk eingesetzt wird und im Anschluss um die Implementierung der adaptiven Regelung. Die absoluten Pluspunkte von Simpower sind für mich zum einen das familiäre Arbeitsklima und zum anderen habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Bachelorarbeit gebraucht wird und ich dem Team und dem Projekt damit weiterhelfen kann. Als junges Startup haben wir immer Bedarf an motivierten und talentierten Mitarbeiter, die Lust haben, die Zukunft mitzugestalten. Offene Stellen findest du unter folgendem Link.